So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trinken in der Finsternis. Wir haben in der letzten Folge Katakomben gefunden, magische Skelettknochen gefunden, eine helle Bade gefunden und neue Bekanntschaft. Okay, ja. Gut, alles gut soweit. Alles gut soweit. Ja, Prost, aber nicht trinken, genau. So, äh, ich sollte ein... Wollte ich heilen? Ach komm, ja. Oh, für alle Fälle. So, Siegwald ist verschwunden. Nein, nein. Oh. Hm. Ja, toll. Ja, Siegwald ist verschwunden. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Vielleicht ist er ja ganz oben jetzt bei den, äh, Bogenschützen. Mal schauen. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Und der scheint wirklich freundlich zu sein, weil es gibt auch da keine Anvisierung. Genau. Er ist bereit zu reden. Aus nächster Nähe, aber aus weiterer Entfernung ist er bereit zu schießen. Moment mal. Äh, irgendwo da unten geht ja dasselbe tatsächlich weiter, ne? Was ist denn die Kathedrale da noch rein? Hm. Keine Ahnung. So. Wie bist du überhaupt hier herauf gekommen? Hochgeklettert? Sag mir nicht, du hast die Augen zu. Okay. Na hallo. Wer seid ihr? Frieden schließen? Ja bitte. Ich helfe jederzeit. Irgendwann ist er zwei. Oh. Achso. Erst schießen und dann Fragen stellen oder was. Ich helfe jederzeit. Oh. Achso. Ich bin jederzeit. Ich helfe jederzeit. Richtig. Ja okay. Das scheint ganz lieb zu sein. Gut. Dann. Das war. Der Riese. Ich frag mich schon, wohin Sigurd verschwunden ist. Vielleicht treffen wir ihn noch irgendwann wieder auf unseren Reisen durch die Lande. Ja. Das heißt, jetzt kommt der Bosskampf. Ja. Ja, Bosskampf und dann kommt das Waldstück dort hinten. Hier wird alles geladen. Okay. Moment, ich muss mal kurz rauskappen, einfach um sicher zu gehen, dass auch alles in Ordnung läuft mit dem System. Jupp, scheint so. Gut. Ach, will ich wirklich da durchrennen? Ach komm, ich spare mal Zeit und gehe wieder unten lang. So, nur nicht runterfallen. Und, hui, kommen noch mal Ratten. Hä? Ah. Nein, nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ratten. Ah ja. Hier war wirklich nichts mehr. Hä? Ach, schau mal, wer da sitzt, glaub ich. Oder? Da sitzt du doch, ne? Ach, das ist die Keule. Äh. Wir haben schon gewundert, was ist das da für eine Figur, die auf uns herabblickt? Das ist das Gesicht der Keule. Ich dachte, das ist jüngst eins. Kletz. Ist das richtig? Noch eine Echse? Achso, nee. Das ist nur die tote Echse, die sich umgedreht hat. Ich wollte schon sagen, was gibt es hier? Drei und zwei an einem Ort? Okay. Fünf Minuten, sehr gut. Da wackelt noch. Schau mal. Hä? Aber die stehen nicht wieder auf, oder? Ich meine, die Nekromantie hält ja auch nur einmal, oder? Ja, okay. Scheinbar, okay. Aber nicht in falsche Sicherheit biegen. Und nicht sinnlos kommentieren. So, da geht's hoch. Da geht's weiter. Die Ratten? Gut, sehr gut. Ich hab vorgesagt, die Ratten sind weg. Große Ratte ist auch weg, wie es scheint. Okay. Also, die Körper sind noch da. Ich rede von der großen, dicken Ratte. Die ist verschwunden, wie es scheint. Okay, so. Ah, ja. Nein, reisen nicht. Wir bleiben hier. Wo schießt der jetzt eigentlich? Kommt doch mal der Invasator. Nein, er kommt auch nur einmal, okay. Komm her, du. Ah, Mannu. Nein. So. So. Perse geschnitten, er ist tot. Und er tropft mich nicht. Okay. Jetzt bin ich gespannt, schießt der jetzt weiter auf mich? Oder? Noch schießt er bisher nur auf die. Noch. Er ist nicht. Ernst? Achso. Wo ist das? Wohin wird da geflogen und da an den Baum? Also schießt er doch nicht auf mich oder was? Nein! Er schießt nicht mehr auf mich. Ja! Oder? Ja! Der ist doch ganz in Ordnung. Jetzt wo er weiß, dass ich ein Freund und kein Feind bin, begreift er mich nicht länger an. Ja! So, da oben war ja hier der Typ. Ah! Zipfelmütze! Ich seh dich doch! Oha! Tropfst du was? Nein! Hier war wirklich nix mehr, oder? Nein, sehr gut! Ich hab hier alles! Jaaaa! So! Auf zum Boss! Das ist hier schon wieder Zeitspiel! Achso, da ist der Stuch! Da kann ich nicht weiter! Okay! Ach! Ich hab jetzt schon gewundert hoch! Da liegt ja ein Item, das ich nicht gesehen habe! Ach! Ich hab jetzt schon gewundert! Ach, meine Handschuhe! Wow! So viel Kleidung hier hoch! Yay! So! Dann kann ich ja jetzt hier ganz einfach, einfach weiter! So! Durch, meine ich! Hier wachsen Blumen! So! Boss! Ne? Hallo! Gibt es wirklich kein Lagerfeuer oder so? Hier nicht mehr? Nein! Nein! Scheinmal gibt es hier wirklich gar kein Lagerfeuer! Was ist das? Voraus steht ein großer Fluch... Fluch... Ach! Hier! Ja! Die Nachricht! Genau! Großer, bloßer Baum! Warte! Großer, bloßer Baum! Warte! Großer, bloßer Baum! So! Also, das sieht schon irgendwie ganz schick aus, ne? Obwohl, hier stehen mehrere Bäume! Mit Gräbern, okay! Äh, hier ist kein Lagerfeuer, ne? Gut, dann würde ich sagen... Hm... Fangen wir mal an! Aber... Wen beten die hier an? Wo ist der Baum... Äh, der Baum... Wo ist der Feind? Hä?! Was?! 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 Das, wo ich mir... Wo ich mich gewundert habe, was das für ein dicker runter Stamm ist! Das, das... Das Ding bewegt sich! Ist das bei... Ist das... Das ist kein Baum! Das ist kein Baum! Fluchverderbter... Baum! Alles klar! Oh mein Gott, sag mir nicht! Ich muss hier einen auf Gärtner machen und... Alter, ist das ein Baumriese? Nein! Beten die den Baum an? Oh, Moment! Da sind ja Gegner hier überall! Sehe ich gerade! Nein! Ich dachte, das sind wieder passive NPCs, die hier einfach wieder rumhocken und so! Aber nein, dann habe ich die Augen gesehen! Wow! Hä, du hast mir Schaden gemacht?! Wie das?! So! Maus zurechtrücken! Wää! Halten Minuten schon, oh Mann! Kommt, den mache ich noch! So! Genau! Kommt her! Oh, ich habe einen Bombentyp hier erwischt! Na, komm her! Oha! Nein! Was mache ich denn, Mensch? Sehr gut! Es wird Zeit, den Heilzauber wieder zurückzunehmen! Nee, hier gibt es kein Lagerfeuer! Was? Wollte ich den ganzen Weg wieder laufen!? Dann laufen.. Alter, was Süffelpetter ab... Dings! So, komm her! Ich will einen Bosskampf machen, Mensch! ach du bist ein hammer boy fluchverderbtes großholz fluchverderbtes großholz was ist das für ein fluch der hier bäume zum bewegen dessen was hat er dafür weihnachtsschmuck was sind das dafür pilze im schritt oder sind das eier wo kommt er davon rechts sind halt da kommt einfach sofort rechts war lol was also was kommt ja her was bin ich tot ich bin tot alter hilfe das spiel das spiel ist ganz lustig ok bis zur nächsten folge tschau